Hallo Rafiki und willkommen zum neuen Video. Schön, dass du wieder da bist. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video siehst du, wie ich Möbelhaus suche. Wir haben irgendwelche Möbelstücke bei uns im Haus gebraucht und ich habe einige Möbelfilialen besucht, um einfach diese Möbelstücke zu kaufen bzw. zu vergleichen. Und in diesem Video geht es darum, wir brauchen nämlich einen Esstisch. Unser Esstisch ist kaputt gegangen und das heißt, wir brauchen einen neuen Esstisch. Und dadurch, dass wir auch etwas Stauraum brauchen, dann brauchen wir auch größere Möbelstücke. Und ich wünsche dir viel Spaß und vergiss nicht, dieses Kanal zu abonnieren. Viel Spaß! So, wir sind jetzt in Mollmax. Ja, sie haben eine neue Brunch bei uns in der Nähe aufgemacht und ich suche einen Schuhschrank. Ich würde gerne meinen Schuhschrank ersetzen. Die Farbe gefällt mir nicht so. Ich wollte eigentlich Weiß. Und ich denke, dieser Weiß hier gefällt mir. Nur das Problem, es kann sein, dass es etwas zu eng wird. Und dass ich jetzt zwei davon nehmen muss, weil ich muss zwei Schuhschränke ersetzen. Mein Schrank und der Schuhschrank, meine Sonne. Und ich denke, das hier ist perfekt. Ja. Ich finde dieser Spiegel auch geil. Die Rahmen finde ich auch perfekt. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wir sehen uns später wir sind bei Ikea angekommen und ich habe gehofft dass der kleine schläft aber er schläft immer noch nicht ich habe keine ahnung warum ich erwartet habe dass er schläft weil normalerweise schläft er unterwegs nicht wenn er im auto sitzt dann findet er das spannend um alles draußen zu gucken so ich werde jetzt reingehen und den tisch wir suchen nämlich ein stich für unser wohnzimmer und ich hoffe ich werde heute fündig weil mein mann kommt heute abend alle sachen abholen er muss noch andere mobil von momax abholen und wir haben insgesamt vier stück und wir haben insgesamt fünf stück mobil und das alle muss heute abgeholt werden und im lauf dieser woche aufgebaut ich drücke mir die daumen dass es wirklich klappt der tisch denn wir kaufen wollten ist nicht mehr verfügbar ich denke sie haben das aus dem sortiment rausgenommen aber ich werde auf jeden fall fragen in der offnung dass ich ja etwas positives bekomme weil es war meine lieblings tisch der zweite tisch ist auch glanz und auch glanz für das wohnzimmer wäre nicht so mein ding weil ihr kennt auch glanz man sieht direkt wenn es staubig ist und auch glanz für das wohnzimmer wäre auch nicht so ideal ich muss jetzt im tragen weil er läuft die ganze zeit weg und das ist nicht gut ich nehme ich nehme immer mein tuch mit ich nehme immer mein tuch mit so so ist perfekt ich kann mein nine cobs koop und meine tache drauf so ich bin mittlerweile zu hause wie man schon sieht die kinder spielen schon am flur ich habe mittlerweile der groß vom kindergarten habe geholt was ich jetzt als nächstes machen wollte ist das hier ich habe frisch gewaschene wäsche vom wochenende und das wollte ich wegnehmen und dann die frisch gewaschene wäsche auf engen aber das werde ich zeitlich nicht scharfen deswegen werde ich unser zweiter wäschestand benutzen um die frisch gewaschene wäsche ja aufzuhängen ja was ich gewaschen habe bevor wir losgegangen sind und dann können wir auch und dann können wir auch kaufen gehen so ich bin fertig mit der wäsche und nun werde ich mein wäschestand auf dem balkon stellen da scheint die sonne momentan eigentlich da kommt die sonne um 11 uhr ungefähr und nun haben wir fast 15 uhr das heißt wir haben mehrere stunden sonne auf dem balkon dann kommen wir auch los es ist jetzt 15 uhr 20 und ich möchte in der nächsten 10 minuten unterwegs sein damit ich spätestens um abendessen vorbereiten und ich muss noch ein paar kleinigkeiten erledigen mit den kids oder ganz alleine oder etwas wir sehen uns später hallo und willkommen zurück wir haben mittlerweile am nächsten tag und bevor ich dieses video behende möchte ich dir die sachen zeigen die ich von gekauft habe als erstes ist ein sammler box wir haben so ein box gebraucht weil wir die spielzeuge unserer kinder aussortiert habe sie waren so viele spielzeuge und das heißt sie waren etwas überfordert momentan benutzen wir eine mülltüte aber eine mülltüte ist nicht so optimal weil man nicht sieht was drin ist und wir dachte ein sammler box wäre die perfekte losung um alle spielzeuge einfach rein zu machen das werden wir auch in der zukunft so machen aber wir haben so entschieden dass die kinder nicht so viel spielzeuge bekommen weil ja für uns auch als eltern es war ehrlich gesagt zu viel wenn jemand atmet und wenn es das ist mein sohn in der küche und er spielt mit erde so wir machen weiter und natürlich ein deckel soll nicht fällen um einfach staub zu vermeiden und in diesem box drin haben wir scuba boxen ich liebe einfach diese scuba boxen und für diejenigen die schon mal meine organisations video geguckt haben die wissen dass ich die scuba boxen sehr 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 oft benutzen und als nächstes ist das erste was ich geholt habe um einfach für den frühling zu dekorieren und ist diese kiste hier ich war nicht so sicher ob diese farbe bei uns im schlafzimmer passt ich muss noch testen das habe ich noch nicht gemacht das muss ich noch machen wenn es nicht passt wenn es passt dann kann ich weitere kiss kissen holen wenn es nicht passt dann muss ich gucken wie ich das mache als nächstes sind diese organisations boxen für ein alex regal und wir haben diese malerin einmal die malerin weiß in farbe und das hier der name kann ich nicht aussprechen es ist auch ein organisations box für ein alex regal wir haben ein alex regal gekauft für unsere schreib ecke und die kommentare werdet ihr auf jeden fall in einem video sehen wenn ich floge jetzt zeigt ja ganz am ende was mein sohn gemacht hat und ich denke jetzt viel spaß so was zu machen als nächstes sind sacken die ich denke die sind etwas neu bei ikea und die sind diese stück boxen ich habe vier geholt zwei für meine schulregal weil in meinem schulregal kommen auch meine wintersacken und zwei für meinen mann die kommen in den schubladen und letzte sind natürlich solche sachen ich denke solche sachen braucht man auf jeden fall überall im aus und ich finde diese sehr sehr praktisch weil man kann die einfach an jeder tür machen und das war natürlich alles was ich von ikea mitgenommen habe und nun zeige ich dir ganz schnell was mein sohn gemacht hat so ich wollte die blumen ich wollte die erde wechseln und das hat mein sohn gemacht ja jetzt muss ich die wohnung komplett saugen ja so das war's rafiki mit dem video ich hoffe dieses video hat dir gefallen falls es dir gefallen hat ich würde mich über einen daumen nach oben freuen das kanal natürlich abonnieren glockchen einschalten damit du jedes mal benachrichtigt werden wenn ich ein neues video poste wir sehen uns beim nächsten video und pass auf dich auf wir sehen uns beim nächsten video